Dieses Diablo 4 Tool fühlt sich illegal an und sollte vielleicht verboten werden. Es handelt sich um ein Tool, bei dem ihr bei der Helltide, bei der Höllenflut immer wisst, wo ist die versteckte Truhe, die niemand finden soll und wo sind die krassen Events, bei denen ihr noch mehr farmen könnt. Es handelt sich um die Seite helltides.com. Dort kriegt ihr unter anderem angezeigt, wann der nächste Weltboss spawnt, wann die nächste Helltide ist oder wenn sie aktiv ist, wo die nächste Helltide ist oder aktuelle Helltide, wann die Truhen verändert werden und mehr. In diesem Fall ist jetzt zum Beispiel hier eine seltene Chest. Und wir schauen jetzt einfach mal im Spiel, ob hier wirklich so eine Kiste ist. Die Seite stimmt. Bedeutet für euch, ihr könnt einfach dieser Karte vertrauen und direkt zu den Kisten hingehen, sobald ihr 175 Splitter habt. Als wäre das nicht genug, zeigt sie euch ja auch die Events an. Zum Beispiel jetzt hier westlich von der Kiste, wo wir sind. Wir gehen jetzt mal hin und schauen, ob da gerade eins ist. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist zwar nicht bei 1000%, aber tatsächlich ist hier ein Event gerade und es wird gerade auch gemacht. Das heißt, auch darauf könnt ihr euch ziemlich sicher verlassen. Falls mal kein Star ist, einfach ein paar Sekunden warten. So komme ich richtig schnell auf 175 Anomalie Glut und farme zusätzlich noch Obolusse, die ich beim Kuriositätenhändler benutzen kann, um mein Equipment zu verbessern und zu gambeln. So, zurück zur Truhe, geöffnet. Und für mich hat diese Seite mein Leben in Diablo 4 verändert. Aber also das выглядит AmiHS an der Leitensleme ! und feelet und mailhafte Erichungstelle. Der Bild Termin der Leitens Journal hat steht und instrumental